Moin ihr Süßen, da sind wir wieder. Die Anmodi gecrashed. Moin. Wenn der jetzt gleich noch in der Kamera hinter mir auftaucht und einen Kamerabomb macht, dann wird es problematisch. Fügt ein Foto ein. Ja, genau. Genau jetzt. Ja. So, das haben wir ja geschafft. Wir sind ja gar nicht so oft gestorben. Ja. So, mal gucken, ob dieses Mal irgendjemand vernünftiges mit Join aus der Welt da draußen. Wieso, der gerade war doch relativ vernünftig. Also, da hatten wir schon viel Schlimmere. Ja. Also, so richtig viel Schlimmere. Ja, aber allein der Name an der Fanker, Alter. Ach so. Alter. Alter, ich bin sprachlos. Er hat es geschafft. Er ist über der halben Flasche Wodka eingekommen. Er hat Mut. So, erreiche den Hafen. Lade Spiele-Logik. Warte auf andere Spieler. Warte auf andere Spieler, genau. Batsch. Bist du das System allein? Guck mal, alles. Ja, die polierten Edelstahlrohre an den dreckigen Kürben und so. Oh, egal. Wie auch immer die das machen, ich glaube, geht es über dich. Polierten Edelstahlrohre. Ja, dann war's so. Diese, diese, diese Silene sind auch total hilfreich. nicht jetzt nachladen immer wenn du es denkst du selber sind muss ich das Leben genau genommen passt das sowieso nie so haben wir einen NPC oder einen vernünftigen Ko? wir haben einen NPC dazu ja genau das ist ein vermerksam wenn die so saubere Namen haben das was wir hier haben so Cypher und Donder und so das ist ja eher selten hallo? wie wärst du wenn du das Ding stehen lässt? werden das jetzt umgehauen? keine Ahnung kann ja nur Cypher gewesen sein weil er gerade so still ist das ist immer auffällig wenn kleine Kinder still werden äh warte ja ist klar was ich war grad nicht da hat er uns nicht von erklärt dass man die umswitchen kann? ja da sind wir wieder bei den Switch Switches Switch Switches muss man über das brenne Auto jetzt rüber oder kann man auch hier hinten irgendwo ich weiß nicht aber ich geh durch die Tür ah ja geh durch die Tür hmmm ich geh durch die Tür 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 In Zukunft kann er auch auf dir liegen bleiben. Ich weiß. Da oben ist ein Bulle auf die... Doch da ist er wieder. Der Infizierter ist hier vorne auch. Der Screamer needs to die, wie soll man denn da hinkommen? In Zweifelsage kommst du manchmal nicht hin, das ist das Problem. Ach da unten, sag mal hin. We can climb that truck to reach the bridge. Boah, hallo. So many dead. You would have been millions more. Mine's on the ground. Oh, ja. Wie ein helligen Claymore. Kommt ihr noch hoch, oder? Ja, ich schon. Ich hab mir gerade kurz den Rücken freigeschossen, bevor ich losgeklettert bin. Oh, guck mal das. Boah. Ich hab doch gesagt, hier liegen Minen. Ja, ja. Oh, ja. Wenn's... Auf eine bin ich selbst getreten. Hey, open the gates! We can't do that. There's a swarm coming. We'll let you through when the bridge is clear. It's the gates' orders. I'm sorry. Yes, sir. Yes, what? We could get through the gate now. They have orders. Order in position! Soll ich Kampf starten? Nein. Oh, die... Entschuldigung. Nein, warte doch mal. Ja. Jetzt geh ich noch auf den Mörser und dann kannst du starten. 20, 21, 2. Ja, ja, los geht's. Oh, oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Feuer! Boah, die C4, weißt du, das kommt mir immer so vor, als würde er direkt vor den Füßen fallen lassen. Oh, die sind wohl hin. Oh, die sind wohl hin. Oh, die sind wohl hin. I see your husband! Der hat den Gasback wieder in der Haufsitz. Der hat den Gasback wieder in der Haufsitz. Oh, die sind alle tot, Mensch! Die sind alle tot? Boah! Alter! Oh, der Mörser ist leer. Verdammte Axt! Ich muss aber Munition holen. Okay, wir müssen uns auch anpassen. Los geht's! Ich bin nicht bemerksam, wir haben den Fass. Wir sind gut. Schau mal! Ja, sicher! Ja, hallo! Oh, jetzt rammte mir die E3 hier vorliegt, Alter! Der haben wir vom Schroffer verdient. Ich bin nicht in die Pfiff. Fuel Depot. I'll update you with orders when you're in route. A Fuel Depot? Check with command. We're going to the Fuel Depot. Keep moving. Find a heavy weapon. Stay quiet. This thing is chaos, man. We'll be lucky to get off. We're very good time. I think it's pretty organized. If we don't get on that ship because of this Fuel Depot side trip to command. We're almost inside the Fuel Depot. My team lift a cache of explosive charges inside. Bring them up to the tanks. There's going to be nothing left. Blow in the Depot. We're creating a wall of fire. Between a melee and a ship. Spread out and look for explosives. Oh. That's a good idea. We'll stay together. Reloading. We're not in a bad horror film. Charge! Sure? Yeah, right. Let's go on. Yeah, exactly. It's not a bad horror film, as if there's a crash or something. Can we get a hit? Oh, I'm dead. I'm dead. That's good. That's good. That's good. That's good. I have to get really scared of them. I have to get to get me. Oh, no. auf mich unten dann irgendwo noch ein buch herum überlegen explosiv ladung hier ist eine kampfschrubst hinterfällt da hier liegen immer noch sprengladung zwei stellen auch immer hier ist ich sehe da nicht kommen ins kreber nicht mann würde ich hier ständig da drüben sollen die händler ist jetzt auch einer heute verscheißen oder was überall wo ich hin renne steht schon irgendeiner von euch und grabelt sich das weg oder macht das schon oder was ist ja das musst du nicht persönlich nicht wir sind noch mehr exklusiv Dinge da kiesst dich Das ist es. Alles klar. Oh, Alter. Der Sound. Der hängt sich ab. Genau. Was denn? Ach, schon wieder so weißt du. Ränzler rum. Willst einen erschießen. Oh nein, kannst du nicht. Du musst erst mal nachladen. So, was haben wir uns? Da oben an die Tür. Ich bin da. Hier nicht. Wo ist denn da? Da. Obere Etage. Hier. Wow. Die Niigata- und Sapporo-Ships sind bereits in Kamchatka gekommen. Heide, nebenher. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, scheiße. Ich bin fast down. Ja. Ja, ich auch. Ich brauche die Dinge nicht mal hinpacken, aber... Wir sind ja nicht mehr. Wünsch dir was. Wir sind im Endzeit-Stadium. Unter uns? Ja, da unten. Geh ruhig vor. Da kommt man runter. Ops. Uah. One of them is hiding. A big one. Woher die das noch mal wissen, ne? Intuition. So, los geht's. Kisten suchen. Kampf starten. Nein. Ich nicht. Wir brauchen die Herausforderung. Ich hab'n Mörser. Ah, hier ist'n Creeper. War'n Creeper. Schalalalalalalala. Kann der Kampf gestartet werden? Ja, ich darf schon. Ich will'n keine Kisten mehr. versteckung da hinten wasser oder bricht es in die gerade gar nichts da hinten wasser oder bricht es da hinten wasser da hinten wasser da hinten wasser super so gut gemacht da oben kommen wir mittelfeld wenn ihr nicht da hinlauft kann ich auch das hat einfach nur wir stehen im weg die waffe glüht das ist echt der Börder das ist gut, kostet wieder keine Munition das Ding nicht und nun ja da hin direkt gerade durch den 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 Oh und infiziert er hier bei uns dann? Oh mein Gott! Was sind die Muni? Mensch, wie es so ein Sturmschrub findet, warum sagt er das krank? So, nächste Welle. Dann schießt. Wunderbar, du bist dran. Ja, das war's. Da haben noch ganze zwei Schuss drin. Oh, von links kommen sie auch. Oh, ja. Hier alle rüber, alle hier rüber, wir müssen auf das Schiff jetzt. Okay. Okay. Ja, ja. Nö, Menos. Alter, weiter. Alter, weiter. Boah, das hat ja auch gute Zeit. Geil gemacht, Alter. Uuuu, uuuu, uuuu. Ahuuu, uuuu. Uuuu, uuuu. Uuuu. Ich bin gar nicht mal so gut, ne? Geil. Was ist das Spiel? Kopfjäger. Ja, 20 Köpfe. Geil. Ja, die Granatenwehrfabrik echt was, ne? 116. Also wenn du die rechtzeitig zündest, geht das ab, das Ding. Sieg! Wunderbar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge Tokio. Nicht-Hotel. Nein, ich sage es nicht. Ich sage nicht das Wort Hotel. Zu spät. Obwohl, es wird ein schwimmendes Hotel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.